Warum heißt die beste Vanille, die es gibt, Bourbon-Vanille? Im 19. Jahrhundert brachten die Franzosen die Vanille auf verschiedene Inseln im Indischen Ozean, unter anderem nach Madagaskar und die nicht weit entfernte Insel La Réunion, die damals und auch heute noch als Il Bourbon bezeichnet wird. Daher stammt der Name Bourbon-Vanille. Bourbon